Hey Leute, willkommen zu Velourish's Adventures und Jonas ist natürlich mit dabei. Das bin ich. So, Overdrive. Double Luck Blah irgendwas Wochenende. Painted Gedöns, Black Market Things. Bist du soweit? Ja. Drei, zwei, eins, los. Und ich habe es gerade zu Jonas schon gesagt, meine Torbinds, die ich hier drauf habe, die sind ja vom letzten Wochenende, wo es dieses Double Luck Blah irgendwas gab. Vielleicht jetzt nochmal irgendwelche... Irgendwann ist ja nur Double Luck auf... Schade. Nur Painted. Auf Painted. Genau. So. Ich habe jetzt nicht... Oh, Certified. Oh. Warum, ich muss mal abgucken. Daraus war auch kein Lapp auf Certified, oder? Nee. Show of... Backward Goals. Die haue ich direkt mal raus. Bei mir hat sich original nichts geändert. Ja, dann hast du Trail drin. Richtig. Okay. Den Trail hatte ich vorher auch schon. Den Blazer? Ja, und ich habe Friction gekriegt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den vorher drin hatte. Weiß es nicht mehr. Ich bin ja so froh, dass ich immer noch Standard Boost fahren darf, ne? Ja, bei mir ist es... So hört sich bei mir der Boost an. Gesundheit. Jeder hat sofort erkannt wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht. I got this. I got this. Ich habe gesagt, I got this. Sehr gut jetzt. Okay. Jetzt werde ich einfach zurückfahren müssen. Du hast doch gar nicht geschrieben. Ich hätte meine Tonsportler einfach münden sollen. Ja, ja, ja. Ist hier... Next Level Mobbing, oder wie? Okay. Ja. Wir fangen da an, ihn in einer Distracks zu machen. Auf jeden Fall. Ja. Das Schlechte als FN Apparat kann es nicht werden. Oh Gott, bin ich geistig behindert. Du hast das, ne? Ja. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob er jetzt hochgeht, oder nicht? Er ist nicht hochgegangen. Ey, was war denn das für ein Hit? Das ist schön, oder? Achso, er fährt einfach weg. Okay. Ja, was sagt er? Warte. Okay. Dann weiß ich sofort, was passiert ist. Was denn? Du bist auf den Ball gefahren, flogen. Nein. Also ja. Du bist gerade von denen im Tor gekommen, also ja. Ja. Wie kann der bei uns weiter weg, finde ich denn richtig schön. Du kannst mir ja nicht erzählen, dass es... Ja? Ich hab nur gesehen, dass der nicht zum Kick aufhört, deswegen... Ja, aber die letzten zwei Folgen waren auch schon so. Ja, weiß ich nicht. Jetzt warte doch mal, ob es weiterhin so ist. Ja, natürlich. Es ist kaputt. Ey, die fahren beide von dem Boost weg und gehen hinten auf den Boost. The fuck? Ja, 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 ja. Die sind halt sogar pre-made. Das ist nicht mal so, dass es zwei random sind. Ja, vielleicht sind sie nicht im Tor. Bomb mich voll in den Boost rein. Ja, und ich ziehe ihn jetzt hinten links weg. Ha! Oh! Ich blame Animus dafür. Hm. Der hat auf dem... Ich vermisse irgendwie diesen... ...elektrischen Mücken... ...Vernichter. Oh. ...Hust. Ich blame Animus dafür. Ich auch. Jetzt blame ich dich dafür. Scheiße! Oh mein Gott. Thanks. Hey, Leute. No problem. Sick. Oh boy. Oh boy. Oh boy. What a save. What a save. Warte, wie war das? What a save. Ähm. Was war denn das gerade? Es ist, als hätte ich einmal original unter dem Bad durchgeflippt. Hast du vielleicht auch? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich hab dann schon irgendwie so einfach so einmal über die Airol... Ach du heilige Scheiße. ...übergerollt. Ah, kein Boost, ne? Kein Boost. Ups. Na ja, andere hat aber vielleicht Boost. Hast du Boost? Nein. Also ja. Aber nein. Aber ja. Aber nein. Aber ja. Aber nein. Aber ja. Aber ja. Aber ja. Hey. Ich bin auch nicht eingespielt von 4 Stunden Stream jetzt von vorhin oder so. War die so ausreden? Hm. Er bombt mich halt. Ich wünsche mir eine neue... Ausnahmsweise sag ich, ich wünsche mir eine neue Kiste. Mit Dominos Geekle. Und dann ziehe ich nur noch Dominos Geekle. Ich hab mir das mir egal. Nur irgendwas, was das Auto nicht ändert. Spidey Kid. Nur diese Lackierungen, diese Flauschichtzeug drum, wie heißt das? Ja. Lackart. Also Lackierung. Sag ich doch. Oh mein Gott. Hilfe. Ich muss nicht mehr helfen. Glaub ich allerdings auch. Es ist so gruselig. Was? Was mir denn nicht helfen kann? Auch. Unlucky. Irgendwas stimmt hier nicht. Weißt du in der Range bist du? Baumstarm hast du gerade gesehen. Ich hab geschätzt, dass ich den erreiche. Was ist das los? Punkte bekommst du. Ich hab keine. Also. Völlig gacker. Kannst du doch gerade nicht erzählen, dass das Auto das ausmacht. Ich schieb's auf Bilde. Wie immer. Ja, ist ein Auto. Was ist das denn? Was ist das denn, was du da gerade tust? Moi. Ja. Nochmal mal in die Ecke. Nochmal. Warte. 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 Hier. Hier. Komm schon. Du Dulli. Du Dulli. Du Dulli. Du bist was. Ich hab jetzt auch grad an dich gedacht, dass ich dachte, du musst einen Kapper. Ich weiß nicht. Ich denk irgendwie nicht. Da hast du nicht mal den Poster genommen. Nein. Nein. Du machst das nicht. Mach sie schon. Na gut. Erkattes, Erkattes, Erkattes hier. Was hier? Nimm ihn doch! Nein Bottzes… Z- legend. Das ist allmählich… pressures… Jetzt wischen, crise ab! Wie waren das Cola-Trips? War Hex oder so? Was für Dimension bist du? 3 Und jetzt gehts gleich wieder runter Gut, okay Du nicht Jetzt habe ich echt schon länger nicht mehr gehört Ja, ich auch nicht Wo war das? Also zumindest wenn ich selber gespielt habe Ich hatte gestern am Freitag Ups, da hab ich Divinity geguckt ein bisschen Und da hat das auch irgendwer geschrieben Da habe ich es dann das letzte Mal gesehen Also gestern hatten wir aber nie Aber schon ewig lang nicht mehr im eigenen Match Ich glaube wir können gerade ausfangen Wie so fett Achso, okay Ich dachte den nehmen dann Also direkt Und nicht jetzt erst Oh Gott Oh das ist dann Weg Was ist denn das? Was ist denn das? Noch einen? Nein Noch einen? Fangen wir das Spiel wieder an Ich dachte schon Was denn? Was denn? Nein Das Spiel brauche ich natürlich nicht Ne, ich will irgendwie auch komisch Ja er dreht halt Also er challenge total selten Oder geht total selten auf den Ball Wenn er so ein Ding hat Wo ein 50-50 draußen stehen könnte Bist du mit? Ja Oh Gott Das war ja eher ein Torschuss Als irgendwie auch mal an Ansatzweise Mitte Mittiger Torschuss Nicht mal der Torschuss war mittig Hm Okay Das war mal wirklich 50-50 Lol Mach, mach Das schaffe ich nicht Zu wenig Fuß Was macht der? Was macht der? Redirect? Nein Was für eine Oha Nein 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 Hm Hm Das war auch überhaupt nicht so gewollt Aber ich raff Animos Hitbox grad nicht Also die vom Breakout nicht Ähm Ich wollte ja eigentlich passen Ja du bist halt rückwärts geguckt Da dachtest du Du lässt es gleich Farbschlepp und dann weg Das hatte ich einfach nicht erwartet Ich hab halt null Irgendes Spiel komisch Irgendes stimmt hier nicht Oh Entschuldige Hacken Erstmal reporten Für Cheats Erstmal reporten Genau So findest du jetzt bitte Ja genau Das ist auf jeden Fall Das Tor ist auf jeden Fall weiter rechts Das stimmt Ja ja genau Das hat man schon gleich gesehen Dass das Tor weiter rechts ist Ist in Bezug auf diese Option Dass man jemanden für Cheaten reporten kann Was? Ist in Bezug auf die Option Dass man jemanden für Cheaten reporten kann An Sportsmanlike Conduct Es gibt auch Cheats Oder gab's Ich glaube gibt's immer noch Nicht Aua Ja ja ich verteidige es ja gut Ich hab auch keinen Boost aber ich krieg den Aber shit I'm sorry Nein da für Reiz Mhm Alles klar Pinch ist ausverkauft Was? Was? Ist auf dir gelandet glaube ich oder so Ich hab mich eh schon gewundert Warum nicht einfach weghaust gleich Also hier einfach so zack Aber der ist irgendwie da vor dir, an dir, über dir, an dir Ja irgendwie ist mein Auto abgehoben Google ist abgehoben Haha Haha Mach mal rein Ich war gerade Bus rum Oh mein Gott Ich weiß nicht ob ich treffe mit Animus Schon diese Ankündigung Ich weiß nicht ob ich treffe mit Animus Nein Na muss weg Hab ich doch Ich hab keinen Bus Ich hab keinen Bus Ich hab keinen Bus Ich hab keinen Bus Ich wusste nicht genau ob du jetzt flipst oder nicht Oder Jetzt 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 Ja Was rein Was rein Oh mein Gott Haha Kampfschrei Oh nach diesem Schrei Fühl ich mich so eklig Haha Barbie tu was Anlagi Da war nicht mehr drin Oh Gott dieser Schrei war so widerlich Haha Eine Overdrive Kiste Mensch Deswegen hab ich jetzt gegen Derischen da Für die Folge Eine Overdrive bekommen So dann würde ich sagen Das war's für diese Folge Und wir sehen uns hoffentlich Im nächsten Video wieder Bis dann Ciao Ciao